— — Schuldirektor Burkhard Klietz will uns etwas zeigen. — Nichts. Seine Kaisertealschule in Itzehoe hat nämlich von da Sножst eine nagelneue bekommen Für vier Euro. Tolll! Ja, toll. Es gibt nur numbimm��� Bon kilogramns saúde Denn, es gibt gar keine Bewegungsmelder mehr, sondern Lichtschalter. Das heißt, ist Bewegung im Raum? Wenn allerdings die Schüler zum Beispiel eine Klassenarbeit schreiben, ja dann... Dann... Es muss sich... Und wenn sich dann wieder zu wenig bewegt... Gestern in der Deutscharbeit muss man kurz winken. Manchmal soll es aber auch sein. Nur dann bleibt das an. Allerdings sieht man den Film.